Ja, herzlich willkommen auch meine lieben Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Ebeln-Büren. Mal wieder auf meiner Modellbahnanlage. Ich habe im Moment nicht weitergebaut, sondern werde mich jetzt erst einmal damit beschäftigen, noch nicht beleuchtete Personenwagen zu beleuchten. Hier vorne sieht man drei Personenwagen, die noch nicht beleuchtet sind. Hier ist ein längerer Zug mit vier unbeleuchteten Personenwagen. An diesem Zug fehlt noch ein Waggon, der noch beleuchtet werden muss. Und hier stehen noch drei unbeleuchtete Waggons. Meine neueste Errungenschaft sind diese LED-Platinen. Am Wochenende auf der Modellbahnbörse in Osnabrück gekauft. Der Einbau gestaltet sich relativ einfach. Dauert aber ein bisschen und damit beschäftige ich mich jetzt erst einmal. Und wenn es dann hier leuchtet, dann werde ich ein neues Video hochladen, wo dann alle Waggons hoffentlich auch beleuchtet sind. Bis dahin. Ciao, ciao.